Musik Hoppla, ihr wollt hereinspaziert Hoppla, in seite Attraktionen Hoppla, hier werden vorgeführt Hoppla, die tollsten Sensationen Hier wird was gezeigt Seien sie uns geneigt Hoppla, ich sage Hoppla Weil nun das Zirkusprogramm bei uns steigt Unsere Welt ist die Manege Unsere Welt ist bunt und schön Unsere Welt ist die Manege Wer liebt, wird uns verstehen Unsere Welt ist die Manege Unsere Welt ist bunt und schön Unsere Welt ist die Manege Wer sie liebt, wird uns verstehen Denn unsere Welt wird niemals untergehen Dass man die Manege Die Manege Untertitelung. BR 2018 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 Und das ist Trudi aus Australien. Und er ist ein Idiot aus Italien. Hör doch auf. Hey, was willst du denn? Hast du eine kleine Zigarette? Eine was? Eine Zigarette. You know, Snooki, Snooki, Zigarette. Rauchy, Rauchy. Schau mal hier. Das ist meine letzte. Die letzte. Also du musst das jetzt ganz fest an. Aber bitteschön. Aber fest an. Das ist sehr gut. Ich habe eine Zigarette. Wir haben es gehört. Ich habe eine Zigarette. Das ist genug. Genug. Bastard. Stagetti-Fresser. Was? Du nimmst das Feuer. Jetzt gleich. Du stinkst aus dem Hund. Was? Frechheit. Was soll das? Langsam. 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 Piano. 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 Also, gib doch her, ich hab dir gesagt, dass du nicht rauchen kannst. Danke vielmals. Sehr elenswürdig. Dankeschön. Bitteschön, Herr Keller. Nicht rauchen, nicht schlecht für die Gesundheit. So, wissen Sie, oft fragt man mich, aber wie kannst du denn mit deinem Bauch sprechen? Also gut, ich möchte, dass ich es Ihnen jetzt allen zeigen, aber für das brauche ich ein bisschen Musik. Meistro, bitteschön. Also, mal schauen, ich würde gerne brauchen, vielleicht eine kleine Hilfe. Vielleicht der Herr Führer hier rüber. Finde ich immer interessant. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ja, der Herr Führer, mit einem schönen Schnauz, ja. Wie heißen Sie? Entschuldigung. Christian Ude. Ach, Christian Ude. Guten Abend. Können Sie einen Moment aufstehen, bitte? Hier ist der Ude. Sehr gut. Ah, ja, der Herr ist auch von Vorhaben. Guten Abend. Wie heißen Sie? Edmund Stoiber. Stoiber, sehr gut. Können Sie einen Moment aufstehen, bitte? Dankeschön. Bitteschön, kommen Sie bitte hier rüber, ja. Eine kleine Hilfe, ja. Kein Problem. Bitteschön, kommen Sie bitte mit. Wir werden uns gleich auf den Teppich stellen. Bitteschön, aufpassen auf die Stufe. Was machen Sie beruflich? Ich bin Rechtsanwalt außer Diensten. Ah, Rechtsanwalt außer Diensten. Und der Herr? Ich bin bei der Stadt im abgehobenen Dienst beschäftigt. Ah, das ist sehr interessant, sehr interessant. Also, kommen Sie bitte mit. Wir werden uns gleich hier hinstellen. Super. So. Bitteschön, Sie können hier auf meiner rechten Seite stehen. Ich hoffe, es macht sich keine Sorgen, ja. Und der Herr auf meiner linken Seite, ja. Dankeschön. Kein Problem. Super. Also, alles, was Sie machen müssen, ist ganz einfach. Nur, danke, Herr Keller, dann Mund auf und zu, ohne zu sprechen, ja. Nur ein bisschen so, ja. Artikulation. Schön, Mund aufmachen, das ist sehr wichtig. Sehr gut. Das Einzige ist, gestatten, ich werde Ihnen so die Hand halten. Sie werden immer nach vorne schauen, sehr wichtig, nach vorne schauen. Und jedes Mal, dass ich die Hand bewege, das ist ein Signal, um den Mund zu bewegen. Okay? Wir versuchen mal. Hand bewegen, Mund schön weit auf den Zug, ja. Auf und zu, auf und zu, das ist sehr gut. Mund schön weit auf den Zug. Das ist erfordert. Sehr gut. Wir machen das sehr gut. Und jetzt kann ich mit dem Herrn Anfang, sind Sie bereit? Oh, ich bin bereit, 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 bereit. Alles klar? Alles klar, alles klar, alles klar. Gefällt Ihnen Ihre Stimme? Oh ja, Sie sind sehr gut, danke schön. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön, das ist sehr gut. Sehr gut. Er ist sehr gut, aber ich finde, der hat so eine komische Stimme. Finden Sie nicht? Ja, 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 ja. Sehen Sie, ich bin Ihnen zufrieden. Ja, 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 ja. Ich glaube, der hat es verkühlt. Ja, 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 ja. Ein Applaus an beiden Herren. Und natürlich, mit solchen super Stimmen singen wir ein Lied zusammen. Der neueste Hit, neueste Hit aus Italien. Maestro, oh sole mio, prego. Drei. Oh sole mio, prego. Ja, 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 ja. Und obenoo am... Meow. Ciao! Sous-titrage ST' 501 ...